Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie du eigentlich einen leeren SodaStream Zylinder hier in diesem Gerät gegen einen neuen austauschen kannst, damit wieder Kohlensäure vorhanden ist. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Ich zeige euch den Wechsel jetzt mal bei meinem SodaStream Crystal, doch diese Anleitung kannst du natürlich für die anderen Modelle nahezu identisch übernehmen. Zuerst einmal müssen wir die Rückseite von unserem SodaStream hier entfernen, um an einen leeren Zylinder zu kommen. Hierfür haben wir hier oben einen Knopf bzw. einen Hebel, diesen nach unten drücken und wir können diese Abdeckung hier hinten auch schon nach hinten hinwegziehen und nach oben hin entnehmen. Diese Flaschen haben hier oben ein ganz normales Rechtsgewinde. Aus diesem Grund einmal gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis sich das Gewinde auch schon gelöst hat, was bei mir jetzt der Fall ist. Und dann den SodaStream einfach mal etwas nach vorne kippen und schon kann ich diesen Zylinder nämlich nach oben hin auch schon wieder rausnehmen. Die neue Kartusche hat hier oben jetzt nur so einen kleinen Verschluss, den wir erst einmal öffnen müssen. Hierfür diese Folie an der entsprechenden Stelle mal nach oben hin abziehen, ist auch schon offen. Und dann müssen wir nämlich diese Sicherheitsverschraubung auch noch lösen. Hier auch wieder gegen den Uhrzeigersinn drehen und die Kappe ist auch schon unten. Wir nehmen also mal unsere volle CO2-Kartusche hier zur Hand, dann den SodaStream leicht nach vorne kippen, dass wir die Kartusche auch wieder hier unten in die Öffnung geben können und dann die Flasche mit etwas Druck nach oben hin im Uhrzeigersinn drehen, sodass das Gewinde anpackt. Bei mir ist das schon geschehen. Und jetzt die Kartusche einfach mal noch handfest drehen und das sollte auch schon reichen. Jetzt die Abdeckung wieder nehmend. Hier unten befindet sich so eine kleine Nase, welche zuerst einhaken muss. Ich schaue also, dass die kleine Nase hier unten in die sprechende Öffnung geht. Ist schon geschehen. Und jetzt einfach mal Richtung SodaStream noch reindrücken, bis wir dieses Klacken hören. Denn dann ist der Haken hier oben auch richtig eingerastet. Jetzt würde ich das Ganze trotzdem noch auf Funktionen überprüfen. Ich gebe also meine mit Wasser gefüllte Glaskaraffe hier unten rein, schaue, dass ich einmal den SodaStream richtig zumache, hier vorne auch verschließen und dann ausprobieren. Und ich denke, das hört sich auf jeden Fall super an, so wie es sein sollte. Und somit haben wir auch schon einen leeren Zylinder gegen einen neuen richtig ausgetauscht. So ein Reservezylinder hier ist übrigens für zu Hause Gold wert. Denn es kann sein, wenn du nur einen hast, dass du am Wochenende einmal ohne Kohlensäure dastehst und dieses Problem wirst du mit einem Reservezylinder nie wieder haben. Wenn du dir jetzt also einen Reservezylinder, eine Glaskaraffe oder gleich einen neuen SodaStream zulegen möchtest, weil dein Alter einfach nicht mehr richtig funktioniert, dann kann ich dir hierfür wirklich nur Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität von Markenherstellern zum relativ günstigen Preis. Und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst nicht extra ein Fachgeschäft hierfür fahren. Wenn du dir also eins von diesen Untersiedeln hier zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon. Wenn dir das Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du hier oben meinen Kanal kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen. Und hier unten drunter gerne mal ein Problem bei dir zu Hause in die Kommentare schreiben, wofür du einfach noch keine richtige Lösung gefunden hast.